2-1-Sieg gegen Freiburg, die erste Rückrundendreier. Wie groß ist die Erleichterung jetzt bei dir? Ja, ich denke, es war ganz wichtig, dass wir heute drei Punkte geholt haben. Wir spielen seit Anfang der Saison gegen Abstieg und alle drei Punkte sind wichtig. Und ich denke, heute hat man wieder gesehen, wie schnell es geht, beziehungsweise wie eng die Liga zusammen ist. Wir sind, glaube ich, vom 17. auf den 12. Tabellenplatz gesprungen. Von daher war der Sieg genau wichtig heute. Gleichzeitig dein erstes Bundesligaspiel? Beschreib mal die Gefühlslage. Ich kann eigentlich noch so viel dazu sagen. Ich glaube, ich muss das alles erst sacken lassen. Es ist einfach überragend, vor der Kulisse zu spielen. Ich glaube, 40.000 Zuschauer zu gewinnen, ist einfach, glaube ich, noch nicht zu beschreiben. Adam, endlich der erste Rückrundendreier gegen Freiburg. Wie groß ist der Stein, der dir vom Herzen fällt jetzt? Ja, das Größte, was gibt es natürlich. Das war aber aus meiner Sicht verdient der Sieg für uns. Und ja, mit ein bisschen Glück kann man auch gewinnen, wie man gesehen hat. Du hast zwei Tore gemacht in dem Spiel. Wie hast du die Situation gesehen? Beide? Ja, es ist natürlich bitter, dass zwei Tore, aber nur eins für uns. Aber ja, das war mein erstes Eigentor. Und ich hoffe auf das Letzte. Auch das Letzte. Aber kurz danach habe ich Ausgleich gemacht. Und das war sehr wichtig für mich und auch für die Mannschaft. Und ja, was soll ich noch sagen?